Sie hören, eine Produktion des Podcast-Imperiums. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und heute geht's in einem großen Spoiler-Review um Solo A Star Wars Story. Und damit ich das nicht alleine machen muss, Wortwitz hier einfügen, habe ich, und der Michael keine Zeit hatte und auch noch gar nicht in Solo war, sondern stattdessen lieber zweimal in Deadpool 2 geht, was ich irgendwie überhaupt nicht verstehen kann, aber das ist ein anderer Cast irgendwann mal in einer Galaxy Far Far Away, habe ich mir heute tatkräftige Unterstützung eingeladen. Der Tobi von Blumig Blues ist da, hallo. Hi. Und bevor wir jetzt gleich über Solo A Star Wars Story reden, nochmal ganz kurz für diejenigen, die zum ersten Mal bei uns reinhören, Nerdizismus findet ihr überall in den sozialen Netzwerken, wenn ihr einfach nach Nerdizismus sucht, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, überall könnt ihr uns finden. Unsere Podcasts könnt ihr auch in jedem Podcatcher oder in jeder Podcatcher-App eures Vertrauens finden, genauso wie bei iTunes und wir freuen uns natürlich immer über Reviews und Kommentare und ihr erreicht uns neben unserer Webseite nerdizismus.de auch über eine E-Mail-Adresse, ja, so modern sind wir, info at nerdizismus.de. So, steigen wir auch mal ein und an dieser Stelle noch letztmalig die Warnung, hier wird jetzt gespoilert, dass die Balken krachen und wir wollen mal ein bisschen eintauchen in Solo A Star Wars Story. Und Tobi, sag mal deinen ersten Eindruck, als du aus dem Kino kamst, wie ging's dir denn dann? Mir ging's sehr gut. Also ich muss sagen, ich war jetzt bei Force Awakens, Last Jedi und Rogue One, bin ich immer mit so einem gewissen Bauchweh rausgekommen. Einfach auch so die Anspannung, finde ich ihn jetzt gut und oh Gott, was kommt da jetzt? Und ich glaub, bei Solo war es jetzt der erste von den vier Disney-Star-Wars-Filmen, wo ich rausgekommen bin und eigentlich gleich sagen konnte, okay, der hat mir Spaß gemacht. Lag vielleicht auch dran, dass die zwei Jungs neben mir hin und weg waren und total begeistert waren. Sowas beeinflusst einen natürlich auch immer noch ein bisschen. Aber nö, also erster Eindruck hat Spaß gemacht und ich hab mir jetzt noch ein zweites Mal angeschaut und das zweite Mal hat diesen Eindruck auch bestätigt. Ja, mir ging's ähnlich. Ich bin auch gut unterhalten rausgekommen. Und mein erster Impuls war so, vielleicht mag ich diese Anthology-Filme einfach lieber als die neuen Saga-Filme. Geht mir auch so eigentlich, ja. Also es steht, glaub ich, einfach weniger auf dem Spiel. Also vor allem, wenn das jetzt so Dinger sind wie Rogue One, was halt komplett in sich abgeschlossen ist. Bei Solo schauen wir mal, ob da noch was kommt. Schaut ja irgendwie danach aus. Aber ja, ich mein, so ein Film, das kann man sich so anschauen und es steht nicht so viel auf dem Spiel wie jetzt bei den Saga-Filmen. Zumal jetzt 7, 8, 9 ja auch eigentlich so die Skywalker-Saga irgendwie weitererzählen sollten. Und also da geht's mir auch so, wenn ich dann im Kino sitze, bin ich schon ziemlich nervös, ob das jetzt immer so alles passt und so. In die Spin-Offs kann man immer ganz entspannt reingehen. Trotzdem sind die natürlich, also auch beide, Rogue One und auch Solo, sind vom Handwerklichen her, ich sag mal, nur solide. Also da sind schon, die haben beide Filme, finde ich, vereint, dass sie große Probleme mit dem Pacing haben. Nach einem eher, also die brauchen beide sehr lange, bis sie in Fahrt kommen. Und wenn sie dann mal in Fahrt kommen, dann sind sie geil, aber das ist der Film zu Ende. Ja. Also das war so ein bisschen mein Problem bei dem Solo, wo ich dachte, als der Film zu Ende war, dachte ich, aber das ist doch das, was ich sehen will. Und den anderen Kram vorher, den hättet ihr euch jetzt eigentlich sparen können, so ziemlich. Aber fangen wir vielleicht mal ein bisschen vorne an. Wir brauchen jetzt, glaube ich, da wir davon ausgehen, dass jeder den Film jetzt gesehen hat, wenn ihr diesen Cast jetzt weiterhört, jetzt nicht auf die Handlung im Einzelnen gehen. Also ich hatte gehofft, dass es so ein klassischer Haste-Movie wird, also so Gangster, die versuchen, irgendwo was zu rauben. Dann waren es aber am Ende irgendwie drei Haste-Movies in einem. Und das hat für mich so nicht ganz funktioniert, weil zum Beispiel dieser Zugraub war zu lang irgendwie. Und der hatte dann auch gar keinen richtigen Pay-Off, außer dass halt die eine Tante dann sterben musste. Aber also den Zugraub, also auch das Hinkommen, bis sie dann wirklich praktisch dann Richtung Kessel Spice Mines fliegen, das war mir einen Ticken zu lang. Das war mir irgendwie einen Ticken zu lang. Vor allem diese Einführung auch mit dieser Lady Tausendfüßler, keine Ahnung, wie sie heißt. Proxima. Proxima, wie auch immer. Ich dachte, das ist der Willen des Films. Und das war die dann gar nicht. Das war irgendwie, ja, odd. Ja, ich habe mal versucht, so mal aufzuschreiben, so Akt 1, Akt 2, Akt 3 und so. Und da kommst du eigentlich relativ schnell drauf, dass du hier mit dieser klassischen 3-Akt- oder 5-Akt-Struktur eigentlich gar nicht richtig hinkommst, weil sie so viel reingepackt haben und auch so viele wirklich große Sachen. Also dieser Train Heist, dann die ganze Kessel-Geschichte, dann die Vorbereitung noch mit dem, ich gewinne jetzt den Falken im Sabak und wir stellen unsere Crew zusammen und so weiter. Also es passiert einfach wahnsinnig viel. Mir geht's immer so, ich hab mit dem Pacing immer gar nicht so Probleme, weil ich sitz drin und freu mich, dass ich in diesem Universum sein kann. Und so ging's mir in Last Jedi im Grunde auch, dass der jetzt zweieinhalb Stunden gedauert hat, stört mich gar nicht so, weil man kriegt halt einfach zweieinhalb Stunden Star Wars, du darfst dann zweieinhalb Stunden in dieses Universum eintauchen und so, sagen wir mal, als direkter Star Wars-Nerd freut mich das irgendwie. Wenn man jetzt einen Schritt zurücknimmt und das Ganze so aus filmischer Sicht anschaut, klar, dann fallen einem so Pacing-Sachen natürlich schon auf und man kann sich dann fragen, wieso das jetzt alles so ist oder so, aber grundsätzlich stört mich sowas unmittelbar immer gar nicht. Ich habe, also andersrum, wo ich wirklich freudig überrascht war, weil du jetzt gerade das Wort stören gesagt hast, was man dem Film nicht so anmerkt, ist die Backstory, die Hintergrundgeschichte hinter dem Film. Also wenn du dir zum Beispiel Suicide Squad ansiehst, dann merkst du eigentlich in jeder Minute, das war so nicht gedacht und irgendwie hatten die das ganz anderes vor und auch bei Justice League war es ähnlich, der Wechsel zu Joss Whedon und so weiter. Und hier muss man sagen, es fiel mir, und ich gucke dann natürlich ein bisschen auch danach, aber ich habe jetzt den Film hinter dem Film, also ich habe jetzt nicht erkannt, worauf die früher mal hin wollten. Hast du da Infos, was die eigentlich mal vorhatten? Keine Ahnung. Also ich meine, es war ja hier mit den beiden Castern und ihrem Drehbuch, da scheint es ja so ein bisschen Knatsch gegeben zu haben, dass die halt irgendwie nicht ganz so mit einverstanden waren, dass sich Lord und Miller nicht so an ihr Drehbuch gehalten haben oder da sehr viel improvisiert haben. Deswegen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Drehbuch, das jetzt Ron Howard gemacht hat, nicht sogar einfach genau das Gleiche ist, mit dem die Lord und Miller angefangen haben. Dass es also so von der Story im Grunde nicht viel anders ist, als es vorher auch gewesen wäre. Also viel mehr weiß ich dazu auch gar nicht. Es geht mir aber auch so, also Suicide Squad ist ein super Beispiel. Da saß ich wirklich nur kopfschüttelnd drin die ganze Zeit. und den Solo, es hat ein bisschen gedauert, bis ich drin war, so die ersten zehn Minuten oder so. Und ab da hat es mir einfach Spaß gemacht. Und es war eben nicht so, dieses Kopfschütteln und oh Gott, diesem Film sieht man an, dass der totale Stückwerk ist. Gar nicht. Ich überlege noch, ob ich jetzt Elle Free hasse oder mag. Ich mag sie, glaube ich. War da ein Unterschied im Deutschen? Das würde mich nicht mehr interessieren, weil die ist ja im Englischen schon sehr, ja, also ich war dann überrascht, dass es, glaube ich, gar keine schwarze Schauspielerin war. Aber sie klang so schwarz, irgendwie so nach so einer resoluten Eddie Murphy Mutter, die so den Haushalt in der Black Family so im Griff hat. Irgendwie. So hatte ich mir da so eine, sowas so hier wie bei Blues Brothers, nicht Ella Fitzgerald. Aretha Franklin. Aretha Franklin, genau. So eine hatte ich mir da als Sprecherin vorgestellt und habe dann festgestellt, ach, huch, das ist ja geil so. Aber für mich, das war so mein Bild im Kopf. Und ja, also der feministische Revolutionsroboter. Ich fand es dann eher lustig, dass anscheinend der neue Running Gag ist, dass in Anthology-Filmen die Droiden den Film nicht überleben. Ja, ja, also die Stimme im Deutsch ist weniger, mir fällt jetzt nur das Englischwort sassy ein. Das ist im Deutschen zwar auch so, aber nicht ganz so ausgeprägt. Und ja, so diese ganze Droidenrechte-Sache, da haben wir in unserer Blue Milk Blues-Reaktionsfolge auch drüber diskutiert. Meine beiden Gäste hat das so ziemlich gestört, dass das gar nicht in den Film gepasst hätte und so weiter. Und dann eben auch die große Frage ist natürlich dieses, als L3 in den Falken dann hochgeladen wird, was das eigentlich für Konsequenzen hat, wenn man mal drüber nachdenkt, was das bedeutet. Und also da haben wir viel drüber diskutiert. Mir ging es jetzt so, ich fand so diese ganze Droiden-Revolution auf Kessel fand ich irgendwie witzig. Es ist aber halt ein Thema, wenn du es jetzt mal wirklich noch weiterdenkst, Droidenrechte und so weiter, was das eigentlich für Star-Wars-Universum bedeuten würde, da weiß ich nicht, ob das ein Thema ist, ob das in Star-Wars überhaupt noch aufgemacht werden sollte. Weil wenn man da erstmal drüber anfängt nachzudenken und dann Droiden-Revolution und so, dann sind wir einfach in eher dystopischen Science-Fiction-Filmen und was irgendwie nicht so ganz die Star-Wars-Thematik ist eigentlich. Das ist auch eher eine Star-Trek-Thematik, sowas. Und da gibt es ja auch ganze Folgen drüber. Eine heißt sogar, wem gehört Data? Also von daher. Und Droide ist ja eigentlich auch, also ich meine, die Droiden sind ja Androiden, okay, sie sehen nicht immer so menschlich aus, aber sie haben ja mehr Gefühle als Data im Grunde genommen und der geht ja nicht mal als Roboter durch. Ja, also, das ist sowas, das will ich auch gerne, das brauche ich bei Star Wars nicht. Also Star Wars ist für mich nicht für die großen philosophischen Fragen da, ja, das ist für mich nicht so. Also so fand ich, vielleicht ganz kurz noch einen Gedanken, also so, ich fand es jetzt irgendwie ganz witzig, dass sie da hier mit erhobener Faust rausmarschiert und Brothers and Sisters und so, das war jetzt irgendwie so insgesamt hat das bei mir schon gezündet, ist aber tatsächlich ein bisschen die Frage, so nimmt der Film selber dieses Anliegen ernst oder macht er sich eigentlich eher so lustig darüber? Das war nämlich mein Problem damit. Ich glaube, ich habe das Gefühl gehabt, dass dieser Film sich irgendwo lustig über, und ich habe das dann gar nicht mal so sehr auf Roboterrechte, sondern eher auf Feminismus bezogen, weil sie ja immer von Ski redet, ja, und so weiter und ich hatte irgendwie so das Gefühl, der macht sich so ein bisschen, also dieser Comic Relief, Droide ist auch so ein bisschen eine Verarschung für so Hardcore-Feministin, nicht, dass man da Dinge kritisieren kann und manche sich mit ihrem Genderwahn meiner Meinung nach auch durchaus lächerlich machen, ja, ich sage nur die Holocaust-Leugner und Holocaust-Leugnerinnen, ja, aber das fand ich so ein bisschen so, okay, das ist jetzt schon ein bisschen konservative, also ich fand die schon ein bisschen veräppelnder als ernsthaftes Anliegen, also der Charakter meint das ernst, aber so wie es rübergebracht wird, ist es halt einfach ein Comedy-Element und das nimmt dem Ganzen dann wieder die Ernsthaftigkeit. Genau, genau, ja. Was meinst du denn zu dieser, es wird ja so angedeutet, so sie sagt so, Lando loves me und so weiter und Kira schaut ganz verdattert, spielt sich das nur in L3s Kopf ab oder ist da mehr hinter dieser Aussage? Also ich glaube nicht, dass da mehr hinter dieser Aussage ist, also das ging ja so ein bisschen durch die Presse, weil ja so irgendwelche Journalisten den Regisseur dann gefragt haben, ob denn der Lando pansexuell wäre, also so wurscht, Hauptsache irgendwie, ja, und und der einfach nur gesagt hat, boah, keine Ahnung, vielleicht Hudeverkehrs, daraus dann so ein Riesending, Lando ist Pan, Metro, Bi, Robotersexuell, whatever, also ich hatte es immer so ein bisschen verstanden, dass L3 das gerne sich wünschen würde, was aber dann auch so wieder ihrer, ja, und da ich sie die ganze Zeit als Feministin wahrgenommen habe, halt auch wieder so dem Ganzen so ein bisschen widerspricht, dass sie das dann auf der anderen Seite so offen zuschauen, also da war für mich der, mein Gott, aber da ist schon mal ein Problem, man kann sich die Roboternamen nicht so merken, der aus Walk1, wie heißt der denn? K2SO, K2SO, genau, den fand ich da in sich schlüssiger, weil auch erklärt wurde, warum er so ist, wie er ist, also weil halt gesagt wurde, es ging bei seiner Unprogrammierung ein bisschen was schief und seitdem hat er so einen renitenten Einschlag. Ja, 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 also das ist, das ist tatsächlich, finde ich jetzt bei L3 so ein bisschen, all diese Themen, die da aufgemacht werden, Droidenrechte, die Robosexualität und was weiß ich, es ist so, das sind schon Themen, die sicher wert sind, irgendwo angesprochen zu werden, aber erstens ist die Frage, passt das in so einen leichten, lustigen Star Wars Film und zweitens ist es einfach auch so, dass der Film sich selbst so ein bisschen unterminiert, indem er sie halt als Comedic Relief verwendet und dieses ganze Anliegen eigentlich so ein bisschen ins Lächerliche dreht und dann eben auch, also Daniel hat es angesprochen in der letzten Blue Mid Blues Folge, da geht es die ganze Zeit um Druidenrechte und so weiter und Selbstbestimmung von Druiden und kaum ist sie tot, wird sie in den Falken hochgeladen, also es ist schon ein bisschen problematisch vielleicht und ich glaube, da kann man schon sagen, dass der Film nicht so ganz weiß, wo er jetzt hin will mit diesen ernsten Themen. Vielleicht ist das ja ein Überbleibsel aus dem alten Film, dass das eigentlich viel ernster hätte gespielt werden sollen und dass Disney dann irgendwie zu viel Message war oder so. Lord & Miller, was man so gehört hat, dass die ja eher noch Comedy-lastiger und so ein bisschen Impro-Comedy-mäßig unterwegs waren. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da die L3-Sache ernster gewesen wäre in deren Version. Vielleicht sogar hat man ihr da noch mehr Raum für irgendwelche lustigen Roboterrechte, Druidenrechte-Aussagen gegeben. Also keine Ahnung. Ein letzter Punkt zu den Druiden. Hast du C-3PO gesehen, der angeblich irgendwo gewesen sein soll? Also ich habe natürlich jetzt noch einmal geguckt, aber wo soll denn der gewesen sein? Also was ich gelesen habe, ist, dass Anthony Daniels im Film vorkommt, aber nicht als C-3PO. Ach so, okay. Das kommt davon, wenn du die Überschriften liest. Genau. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Es gibt doch diesen einen Wookie, der so ein bisschen Planet-der-Affen-artiges Gesicht hat. Boah, der war ganz schlecht. Der war ganz schlecht. Warum war der denn so schlecht? Also, darf ich echt... Hallo? Ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Ist natürlich eine ganz bewusste Designentscheidung, den so aussehen zu lassen. Keine Ahnung. Und ich glaube, also ich weiß, dass Anthony Daniels Tuck heißt in diesem Film. Okay. Ich weiß jetzt nicht, ob das dieser Wookie ist, aber zumindest kommt Anthony Daniels da in diesem Zusammenhang irgendwo vor. Okay. Na dann. Weißt du, was mich so ein bisschen rausgebracht hat? Boris Beckers Tochter. Die nicht Boris Beckers Tochter ist, aber aussieht wie Boris Beckers Tochter. Und als sie den Helm abnimmt, habe ich echt gedacht so, das ist jetzt ihr Erma-Cover? Echt jetzt? Ja? Oder so, nee, das ist sie nicht. Ist das jetzt die Boris Tochter? Ey, ist doch viel zu... Also, die ist jünger als jetzt die Schauspielerin. So, okay. Und da war ich völlig raus. Das heißt, ich habe völlig vergessen, warum waren die da? Waren die jetzt wichtig? Am Ende waren die ja irgendwie Rebels oder so, ne? Waren gar keine anderen Gangster. Ja, so eine Proto-Rebellen-Truppe. Irgendwie sowas. Also, da war ich völlig rausgekommen. Ist das die Erma-Cover? Ja. Da ging es mir so, ich, Boris Becker Tochter, keine Ahnung, könntest du mir jeden vorsetzen und sagen, das ist die Tochter von Boris Becker. Da habe ich keine Ahnung. Insofern hatte ich diese Assoziation nicht. Nein, nein, also Google, schau dir mal, ich glaube, ich weiß nicht, wie heißt die, Erna Erma-Cover? Ich weiß nicht, wie er Naber heißt. Die aus der Besenkammer, also das Produkt des Flirts aus der Besenkammer. Ah, okay. Und als das Kind vor, keine Ahnung, 15, ich weiß nicht, wie alt die ist, die müsste jetzt irgendwas zwischen 15 und 18 sein, vielleicht ein bisschen, ja sowas, geboren wurde, da war relativ schnell in der Bild-Zeitung ein Babyfoto von ihr. und dieses Kind sieht so aus wie Boris Becker, dass du, also du brauchst keinen Vaterschaftshest dafür. Es ist einfach, ja, es war schon als, als sechs Wochen altes Kind war es schon völlig in your face, ja, und es hat sich halt seitdem einfach nicht geändert und die Ähnlichkeit, also ich habe die jetzt ja auch nicht täglich auf dem Schirm, aber ich habe echt, die nimmt den Helm und ich so, ach Gott, das ist die Ermerkummer, also das kann nicht sein. Scheiße jetzt, ich habe gerade die Bilder hier offen, das kriege ich jetzt nie wieder aus meinem Kopf aus. Vielen Dank. Bleiben wir mal ein bisschen beim Cast. Ich fand, Emilia Clarke war komplett unnötig. Woody Harrison fand ich super. Ja. Der hat auch reingepasst. Emilia Clarke, joa, es hätte jetzt ganz ehrlich irgendjemand sein können. Unser Forever Nerd Girl hat sich ein bisschen an ihrer Garderobe gestört, die dann teilweise einfach sehr normal war. Also dieses Abendkleid und so, das hatte halt gar nichts Basiges irgendwie. Es war halt einfach ein schwarzes Abendkleid und so. Ich habe halt immer noch nicht meinen Frieden gemacht zwischen dem, was jetzt aus dem Canon gilt und was jetzt Legends wird und so weiter, weil Grimson Dawn ist meines Wissens doch diese Prinz-Gi-Jour-Geschichte und ist doch, glaube ich, ein völlig eingeführtes, im EU eingeführtes Verbrechersyndikat. Das war jetzt nicht extra made up for the movie, wenn ich mich recht entsinne. Also die, also ich glaube, es ist schon neu, das von von diesem Prinz da, das war die Black Sun. Ah, Black Sun, okay. Okay, dann ist es halt Black Sun und Sonnenaufgaben. genau. Eben, ja, okay. Also es ist schon, es ist schon, ich habe auch, als sie das erwähnt haben, habe ich gleich gedacht, gibt es das schon, gibt es das schon, also es sind, gibt viele so Momente in Solo, wo Sachen vorkommen, wo du dich fragst, ist das jetzt schon offiziell EU gewesen, oder haben sie es gerade neu erfunden? Auch mit Enfys Nest, als sie den Helm abnimmt und so und, und wer sie ist und überhaupt, war ich mir auch nicht sicher, ob es die eigentlich schon irgendwo gibt. Dann der Dryden Voss, war ich mir auch nicht sicher, mein Voss, der Name, den gibt es natürlich schon im Star Wars Universum im EU. Oder ich glaube sogar jetzt offizieller Kanon, oder? Der Quinlan Voss, weiß jetzt gar nicht, ob der offiziellen Status hat im Moment, aber egal, das führt jetzt vielleicht zu weit. Aber, nee, ich glaube die Crimson Dawn, das ist schon eine neue Geschichte, aber lehnt sich halt sehr an, an Sachen, die da schon existiert haben. Und, also wir wollten jetzt gerne, wir waren ein bisschen beim Cast, also Emilia Clarke, wie gesagt, hätte es für mich nicht gebraucht, also sie bringt da jetzt nicht den Glamour rein, den man sich irgendwie erwartet hätte und dann ist es halt so ein bekanntes Gesicht, also ich finde solche Filme, das Schöne bei Rogue One fand ich ja, dass die keiner kannte. Also Felicity Jones war jetzt, natürlich kennt man die, aber so viele bekannte Filme hat die jetzt auch nicht gemacht und von den anderen, ja, die hast du eigentlich noch nie gesehen. und das fand ich jetzt auch, ich fand auch diesen Aaron Reich oder wie er heißt, Aaron, All Reich oder wie heißt er? Alden Aaron Reich. Alden Aaron Reich, genau. Ich fand den jetzt okay. Also er hat jetzt nicht versucht, einen Han Solo-Imitat abzugeben. Ja. Deswegen war ich mit dem eigentlich ganz zufrieden. Ging mir auch so. Also das war eigentlich meine allergrößte Befürchtung, weil ich meine, ich bin seit Jahren riesen Han Solo-Film, Fan, seit ich den mit 12 zum ersten Mal gesehen habe und da steht natürlich schon ganz schön viel auf dem Spiel, wenn du jetzt hier so einen Solo-Film bekommst mit einem, der nicht Harrison Ford ist. Das war meine größte Befürchtung, aber ich finde, er hat seine Sache gut gemacht. Teilweise hier so Gestik und Körpersprache wirklich on spot. Ich weiß jetzt auch nicht, es gibt ja so ein paar hier den Anthony Ingruber oder wie er heißt, gibt es ja auch so ein YouTube-Video, wo er einen Harrison Ford nachmacht, was natürlich schon super ist und es gibt noch einen anderen, Jamie Costa heißt der, glaube ich, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert hätte, wenn du den ganzen Film so eine Harrison Ford-Imitation vorgesetzt bekommst, ob das nicht irgendwann zu doof wird. Und da, finde ich, hat er so eine ganz gute Gratwanderung hinbekommen zwischen Gestik, Mimik, Körperhaltung nachmachen, aber halt auch irgendwie einfach so sein eigenes Ding machen. Zu Emilia Clarke vielleicht noch ganz kurz. Ich finde, es gibt so eine Szene, ich glaube, das ist sogar gerade diese Szene, wo sie sich mit L3 unterhält und L3 sagt, dass Lando auf sie steht. Da, finde ich, wirkt Emilia Clarke so ein bisschen wie ein Fremdkörper im Cockpit des Falken. Ich finde aber insgesamt, also gerade diese Szene am Schluss zum Beispiel, wo sie da durch diese Jalousien noch so durchschaut, bevor sie dann wegfliegt, nachdem sie mit Maul gerade gesprochen hat, da, finde ich, hat sie so diesen klassische Hollywood-Schönheit, Femme Fatale-Look, da, finde ich, hat es super gepasst. Und wenn die Figur jetzt noch so ein bisschen tragischer werden könnte, vielleicht aus Sicht von Han Solo, ja, schauen wir mal, ob da noch was kommt. Mich hat er Paul Bettany so ein bisschen rausgerissen, weil er schaut halt einfach nach Paul Bettany aus und da hat es in meinem Kopf nur so geklingelt, das ist Paul Bettany, das ist Paul Bettany. Ging mir jetzt bei Woody Harrelson zum Beispiel nicht so, ist zwar auch so, hier, klar, hier ist Woody Harrelson jetzt, aber der hat sein Ding gut gemacht, Paul Bettany natürlich auch, aber Woody Harrelson, finde ich, hat sich da organischer eingefügt irgendwie. Das lag, glaube ich, auch daran, dass Paul Bettany einfach zwei Wochen vorher noch Vision war. Das kann auch sein. Also ich habe ihn halt gerade vorher noch zweimal, weil ich zweimal in Infinity War war, halt noch als Vision gesehen. und dadurch, dass er ja da jetzt auch teilweise als Paul Bettany rumläuft und nicht in seinem Vision-Kostüm die ganze Zeit, hast du ihn auch viel mehr auf dem Schirm. Ja. Also wäre er mehr in dem Vision-Make-up gewesen, wäre es gar nicht so sehr Paul Bettany gewesen. Ja, und er hat halt mit Ron Howard auch schon in Da Vinci Code zusammengearbeitet. War Da Vinci Code, glaube ich, oder? Das weiß ich jetzt gar nicht. Von den ganzen Robert Langdon-Filmen. Und da spielt er halt auch so diesen latent gewalttätigen Maniac. und ja, da war ja ein anderer gecastet, Michael Williams oder wie er hieß, der hatte dann keine Zeit mehr für die ganzen Reshoots. Kann man sich jetzt auch fragen, wäre das anders gewesen, wäre das besser gewesen? Wobei jetzt insgesamt, also gerade diese Gewalttätigkeit, die er ausstrahlt, finde ich, macht das schon gut. Also insofern bin ich auch mit Paul Bettany wieder ganz zufrieden insgesamt. Ja, war alles gut. Wo ich, also mein, also ich sag mal zwei, und ich hatte ja am Anfang schon gesagt, ich kam sehr gut unterhalten aus dem Kino raus. Das heißt, grundsätzlich finde ich den Film gut und er funktioniert so für mich. Was für mich nicht funktioniert hat, war ein außerdem Humor, war aber vor allem das Ende, da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Und das Zweite, was bei mir nicht so ganz funktioniert hat und das Pacing hatte ich ja auch schon so ein bisschen angesprochen, war eigentlich irgendwo dieses, ja, der Film war so voraussichtlich, also er war so offensichtlich. Ja. Also außerdem Darth Maul kam hier am Ende, war eigentlich der Film ziemlich klar und es gab für mich einen Moment, wo ich wusste auch, okay, Woody Harrison wird ihn betrügen. Nämlich in dem Moment, als er in klassischer Indiana Jones 3 Manier sagt, trauen Sie niemand Dr. Jones. Ja. Und er sagt ja auch, du darfst niemand vertrauen. Und wenn ein Charakter in dem Film sagt, du darfst niemand vertrauen, ja, dann kannst du dir da sicher sein, dass der Charakter, der das sagt, dass der den verrät am Ende. Ja. Und da war, ja, das war dann ein bisschen, hm, da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, haben die das jetzt absichtlich gemacht, weil das so ein bisschen, weil ab dann wurde es auch so ein, ja, dann waren die Wendungen irgendwie vor, es war klar, dass dann, ähm, dass die dann mit denen nochmal verarschen und so weiter. Also mir war das dann irgendwie, also als Woody Harrison diesen Satz gesagt hat, da war für mich das Ende, das, aber ich dachte, Kira geht drauf. Das war für mich auch noch ein bisschen überraschend. Ja, ja, ja. Also Darth Maul und Kira, das hatte ich so nicht vorausgesehen. Ja. Aber dass Woody Harrison ihn betrügt, das war irgendwie so sicher wie es Abend in der Kirche. Ja, also, ähm, da noch ein paar Gedanken dazu. Also, ähm, ich meine, Woody Harrison ist halt immerhin gut für den Handshot-First-Moment am Schluss. Also immerhin haben sie das noch untergebracht. Ähm, ansonsten jetzt auch wieder Blue McBlues letzte Folge hat Daniel was, glaube ich, gesagt, dass er dann zunächst mal überrascht war, dass Woody Harrison jetzt derjenige ist oder Tobias Beckett, der sie da jetzt verraten hat an Dryden Vos, äh, weil er schon so halb erwartet hat, dass jetzt Lando schon wieder der Verräter ist und dass das insofern, zumindest in dieser einen Szene ihn dann überrascht hat und dass es ihn auch überrascht hat, dass, äh, Kira nicht stirbt. Ähm, dem würde ich, glaube ich, in beiden Fällen zustimmen, wobei ich jetzt nicht erwartet habe, dass Lando derjenige ist, der sie da an Dryden Vos verrät. Was die Vorhersehbarkeit angeht, ähm, ich finde der Film, er hat halt so ein paar Sachen, die er vermeintlich abhaken muss. Äh, Han gewinnt den Falken, Han trifft Lando, Han trifft Chewie, äh, und dann so ein paar unnötige Sachen, Han bekommt seinen Nachnamen, Han bekommt seinen Blaster, ähm, also, ich finde der Film wird immer dann stark, wenn er sich davon wegbewegt und, also ich hätte das alles gar nicht gebraucht, dass er jetzt Chewie trifft, okay, dass er Lando irgendwie irgendwann irgendwo treffen muss, ja, auch okay, und, sag mal, das Sabak-Spiel mit dem Falken, das ist halt so, äh, legendär, dass sie das jetzt zeigen, kann ich verstehen, aber der Film erhangelt sich halt so ein bisschen an diesen vermeintlichen Themen vorbei, die abgehakt werden müssen, das nervt mich so ein bisschen, ähm, aber es war insgesamt auch viel besser, als ich befürchtet hatte, ähm, ich hab im Vorfeld immer gesagt, ich hoffe, der Film wird nicht so wie diese, äh, River Phoenix zehn Minuten in Indiana Jones in der letzte Kreuzzug, wo in diesen zehn Minuten aber auch noch jeder Aspekt von Indiana Jones irgendwie reingepackt wird, vom Hut zur Peitsche, zur Narbe, zur Schlangenphobie, äh, und ich finde, das haben sie bei Solo noch insgesamt ganz gut gelöst, aber so die einzelnen Plottelemente sind natürlich schon irgendwie auch vorhersehbar gewesen. Mich wundert, dass aus den Würfeln so ein riesen Geschiss gemacht von seinen zwei Filmen, die vorher in einer Szene für fünf Sekunden im Bild hingen und dann wahrscheinlich wegen Continuity Error nicht mehr drin hingen. Es ist echt, plötzlich sind die Würfel ein Riesenthema, ja, ich denke mir so, okay, bis Last Jedi habe ich die Würfel nicht mal bewusst wahrgenommen, ich musste nochmal in New Hope kurz reingucken, um die Würfel überhaupt wahrzunehmen, ja, und ich habe New Hope, glaube ich, keine Ahnung, in jeder Fassung 20 Mal gesehen, aber die Würfel, äh, nee, aber die waren irgendwie, plötzlich sind die Würfel ein Riesending, auf jeden Fall. Ja, komisch. Das ist halt jetzt die Storygroup, die haben ganze Arbeit geleistet. Genau, ja, aber komisch, ich fand jetzt die ersten fünf Minuten von Mid-River Phoenix, finde ich zum Beispiel echt ziemlich geil, also, okay, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ja, also wie gesagt, das war für mich ein bisschen zu voraussenden, aber jetzt kommen wir noch mal zu dem Reveal am Ende mit Darth Maul und ich dachte eigentlich, als sie dann sagt, okay, sie kriegt dann jetzt einen Anruf oder sie ruft da jetzt ihren Oberbots an, dachte ich, jetzt kommt Boba Fett. Äh, nee, nee, Jabba, sorry, Jabba, Jabba, sorry, Jabba, Entschuldigung, dachte ich, jetzt kommt Jabba. So, aber von, also für mich war das dann so und dann plötzlich so Darth Maul und dann habe ich erst gedacht, Moment, der Imperator? Ja, das habe ich auch erst gedacht. Ist das der Imperator? Was ist der Imperator jetzt? Ernsthaft? Aber den hätte ich sogar noch mehr verstanden, weil, also von allen Charaktern, die man hätte als Cameo reinbringen können, war jetzt Darth Maul, A, den ich am wenigsten gebraucht hätte und den ich natürlich auch am wenigsten erwartet hätte und der für mich jetzt auch so gar keinen Sinn macht, weil jetzt bin ich schon wieder in so einer Nummer, ich musste für mich das auch erst zeitlich einordnen, denn wann spielt das überhaupt eigentlich? Wann spielt das jetzt? Das spielt ja dann schon, wenn es das Imperium gibt, das heißt, Darth Maul ist schon tot, das heißt, ich muss eigentlich als Zuschauer jetzt wissen, dass der gar nicht tot war, sondern eben in Rebels, ne, ne, er kommt ja schon in Clone Wars wieder. Er kommt ja schon in Clone Wars wieder, dass er also in Clone Wars jetzt mit diesen, und dann leitet der ein Verbrechersyndikat, Hätte ich das aus Rebels wissen müssen? Nee, ne? Nee. Oder aus Clone Wars, dass der ein Verbrechersyndikat leitet? Nee, das ist neu in dem Film jetzt hier hinzugekommen. Ich glaube ja. Also ich habe ja Rebels bisher vernachlässigt, also insofern kann ich es jetzt nicht hundertprozentig sagen, aber ich glaube, das ist neu, diese Sache, ja. Was hast du gedacht, als du ihn gesehen hast? Äh, ich habe, ich habe das Ganze mit so einer gewissen, mit so einem gewissen Seufzer hingenommen, ähm, weil, sag mal, für mich, wenn du jetzt Episode 1 anschaust, dann ist Darth Maul halt tot. Und ich denke mal, dass für George Lucas damals, das war auch so, der ist in die Hälfte geschnitten, der fällt da runter, der ist, der ist tot. Kann man sich jetzt noch drüber streiten, ob das jetzt eine Vergeudung von einem coolen Charakter war und so weiter, aber, äh, der ist eigentlich abserviert. ähm, dass der jetzt in Clone Wars, Rebels und so auftaucht, ist für mich so ein, so ein, fast so ein Fanfiction-Ding. Und, äh, für mich ist es jetzt eh so, in meinem persönlichen Kanon gehören Clone Wars und Rebels eh irgendwie nicht so dazu. Ähm, dass Maul da überlebt hat und so weiter und dann mit so einem Laufgestell da halt rumläuft, äh, das war mir schon bewusst, aber, so richtig akzeptiert habe ich es für mich halt irgendwie nie. Und, es ist jetzt halt so, naja, äh, dadurch, dass der jetzt hier vorkommt, wenn man jetzt den Solo-Film als seinen Kanon akzeptiert, dann ist halt so, ist das jetzt so ein Verneigen vor dieser Entscheidung von Clone Wars und Rebels, so, ja, also wir machen es jetzt ganz offiziell, jetzt kommt er halt auch in diesem Film vor. Und, und da habe ich so ein bisschen gesäufzt. Ähm, die, die zwei neben mir, die ich vorhin schon erwähnt habe, die haben sich gar nicht mehr eingekriegt, ja, diese, what? Äh, die haben das aber sowas von abgefeiert. Ähm, insofern, das fand ich wieder irgendwie ganz, ganz herzig, so. Ähm, ja, ähm, ich bin mal gespannt, ob das jetzt, ob das einfach nur dieses, ob es nur dabei bleibt, dass das halt so ein Verneigen vor Clone Wars und Rebels ist, oder ob da jetzt halt à la Marvel tatsächlich mehr draus gemacht wird und halt im nächsten Spin-Off, äh, dann Maul wieder vorkommt. Ob es jetzt Solo 2 ist, oder ob es ein Maul-Spin-Off ist, oder ob es im Obi-Wan oder sonst welchem, Spin-Off ist, ich kann mir jetzt nicht so ganz vorstellen, dass es nur dieses Verneigen war vor Rebels, äh, sondern dass da schon irgendwie jetzt auch angedacht ist, da jetzt mehr draus zu machen. Also ich glaube auch, dass man jetzt versucht, und das ist eigentlich komplett albern, also irgendwie ist es albern, dass jetzt im Star Wars Universum ein, versucht wird, ein SWU, ein SWU, ja, sozusagen zu etablieren, ja, dass man also jetzt den Marvel-Weg geht, versucht zu gehen, den man ja im Grunde genommen macht, du hast ja eigentlich schon immer einen großen, du hast ja immer, du hast jetzt zehn oder bald neun Saga-Filme, die alle aufeinander aufbauen, wo immer Charakter mitgenommen werden, aus dem einen bis zum anderen, und jemand wie zum Beispiel Princess Leia, dann eigentlich in fast allen Filmen dann davor kommt, oder Obi-Wan, also du hast ja immer die Brücke von einem zum anderen, die ist ja immer dabei als, als Charakter. Deswegen weiß ich nicht, ob man sich da jetzt einen Gefallen mit tut, jetzt so dieses Marvel-Like da jetzt auch reinzubringen, keine Ahnung, man wird es sehen, ich meine, bei Marvel funktioniert es sehr gut, aber ich bin auch mit Marvel anders sozialisiert worden, und ich kenne eigentlich diese Charakter nur vom Kiosk im Vorbeigehen, weil ich kein Comic-Leser bin, das heißt, ich habe natürlich jeden Marvel-Charakter schon mal irgendwo gehört, auch sogar von dem Doctor Strange habe ich schon mal gehört, ohne zu wissen, wer das war, sodass mir diese Filme dann durchaus etwas Neues erzählen. Mit einem Boba Fett oder mit einem Maul oder so, bin ich aber schon 20 Jahre, 30 Jahre, 40 Jahre unterwegs. Da habe ich schon Videospiele zu gehabt, da habe ich schon die ein oder andere Extended Universe-Roman zu gehabt, etc., das sind halt Dinge, die so ein bisschen etablierter sind für mich jetzt, sodass ich jetzt damit unter Umständen vielleicht Probleme habe. Vielleicht geht das ja einem Comic-Leser auch so, vielleicht hat ein Hardcore-Comic-Leser auch sein Problem mit dem Marvel-MCU, das weiß ich ja nicht, keine Ahnung. Ich habe es nicht. Von daher für den Casual-Star-Wars-Gucker ist das bestimmt eine tolle Sache. Für den Hardcore- oder ja, durchaus Die-Hard-Star-Wars-Fan ist das vielleicht eher so ein Problem, dass halt jetzt irgendwie so von jedem nochmal die Backstory erzählt wird. Und mir ging es aber bei dem Cameo ähnlich wie dir, ich habe gefeiert und ich bin nicht ins Uncanny Valley gefallen bei Tarkin und bei Leia in Rogue One. Ich bin da nicht ins Uncanny Valley gefallen, und ich fand das cool. Und bei Tarkin habe ich gedacht, wow, cool, ey, den bringt ihr zurück, klasse. Vader war so ein bisschen was anderes, weil auch sein Cape so komisch lag. Das kann ich heute noch nicht drüber weg. Das sah so aus wie so ein Fan-Kostüm, also wenn da einer auf einer Convention so rumlaufen würde, würde ich sagen, du, Moment mal, dein Cape ist, ich mache das mal eben richtig. Ja, ich mache das mal eben schnell. Das sah also ein bisschen komisch aus, aber Maul, da ging es mir genauso wie dir. Ich so, echt jetzt? Der? Warum? I don't get it. Ja? Ja. Also, ich nehme jetzt noch mal kurz den Faden auf von so ein paar Sachen, die du angesprochen hast. Also mit Marvel geht es mir auch so, dass, also Marvel ist für mich halt einfach immer noch dieses klassische Comic-Universum, wo so Kontinuität und Chronologie und so nicht unbedingt eine Rolle spielt. Also da kommen halt irgendwelche Serien raus und dann läuft irgendwas anderes nebenher. Ab und zu gibt es Crossovers zwischen den zwei Serien und dann wird die Serie, kommt die Serie aber auch wieder am Ende an und dann wird halt wieder irgendeine neue Storyline aufgemacht, die jetzt, die sich nicht groß drum kümmert, was die andere Storyline gemacht hat. Also in den Comics zumindest. Das MCU ist ja jetzt schon neu in dem Sinne, dass sie ja jetzt schon da eine ganz chronologische Sache irgendwie erzählen, wo alles so aufeinander aufbaut. Und trotzdem ist für mich irgendwie so zwischen dem, zwischen Marvel als Comic-Universum und Star Wars als Universum, was irgendwie noch viel mehr eine durchgängige Geschichte hat, besteht für mich schon ein großer Unterschied eigentlich. und sag mal, diese Zusammenhänge, auf der einen Seite begrüße ich das ja, dass da jetzt so Sachen etabliert werden, wie seien es jetzt diese Würfel oder sei es Maul, der vorkommt oder das Aura Sing erwähnt wird oder dass du halt irgendwelche Aliens im Hintergrund, also diese siehst, die Enfys Nest Gruppe hat ja diesen einen Two Tubes oder wie er heißt aus Rogue One auch drin und dann siehst du einen einen Rodianer, glaube ich und so weiter und es ist jetzt schon so, dass man sich bemüht, nicht nur auf die klassische Trilogie sich zu beziehen, sondern auch auf die Prequels, auch auf Rogue One und grundsätzlich begrüße ich sowas eigentlich. Das ist halt so, ähm, was jetzt zum Beispiel in den Prequels und so, also, wenn man sich oder, oder auch die klassische Trilogie, wenn man das gleich von Anfang an geplant hätte, würde es da wahrscheinlich auch noch viel mehr so Verbindungen geben und dann hätte es vielleicht auch diese Verbindung, dass jetzt 3PO und R2 auch noch in Episode 1, 2, 3 vorkommen müssen, hätte es dann vielleicht gar nicht gebraucht, weil man es auf andere Weise irgendwie eleganter hätte lösen können. Aber, also grundsätzlich begrüße ich sowas, was ich aber, worauf ich eigentlich keinen Bock habe, ist, dass jetzt diese ganzen Spin-off-Filme irgendwie alle miteinander zu tun haben. Dass jetzt also Maul als Bösewicht etabliert wird und der kommt jetzt als Bösewicht im Boba-Film vor. Und, also, dass da quasi dieses MCU äh, jetzt imitiert wird in diesen Spin-offs, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Und ich befürchte, dass genau das passieren wird. Ja, ja, ich, das ist einfach, glaube ich, gerade so der, der Zeitgeist und ich glaube, dass da die Versuchung einfach sehr groß ist, das so zu tun. Ich würde mir aber wünschen, dass die Prequels irgendwie, wie es bisher halt ist mit Rogue One und Solo, dass die halt irgendwie eigenständig sind, so für sich stehen können und dann ist aber auch gut. Also ich brauche das jetzt nicht, dass jetzt da auf einmal lauter Verbindungen bestehen. Genau, das war, aber schau mal mal. Ja, aber das war, das war so ein bisschen mein Problem am Ende, wo ich dachte, okay, also wäre jetzt Jabba gekommen statt, statt Maul, dann hätte es A für mich irgendwie mehr Sinn gemacht, weil man dann auch, das hätte für mich gereicht als Begründung, warum dann Solo vor Jabba auf der Flucht ist, weil er ihn halt betrogen hat. Weil das hat eigentlich für mich noch so ein bisschen gefehlt, also auf der einen Seite wäre es halt so offensichtlich gewesen, aber andererseits, die haben jeden Furz und Feuerstein erklärt, auch Dinge, die ich überhaupt nicht wissen wollte, also woher sein Name kommt und wie er jetzt zu dem Blaster kommt, dass ich dachte, okay, aber die Nummer, warum er Jabba so viel Geld schuldet, die hätte ich dann jetzt dann doch ganz gerne gewusst. Also wenn schon, dann die, der Film wäre für mich dann einfach rund gewesen und dann hätte ich jetzt keinen weiteren Solo-Film gebraucht, brauche ich jetzt auch nicht, ich kann auch gut schlafen ohne, aber wenn, dann sage ich jetzt, na gut, jetzt müsst ihr auch schon einen zweiten machen, damit ihr wenigstens weiß, wie die Nummer weiter geht. Oder, und das glaube ich halt eben, dass die jetzt so ein MCU oder ein Star Wars Universe aufbauen, wobei es das ja eigentlich halt schon gibt, ja, ich würde mir dann einfach mal Star Wars Filme wünschen, ohne irgendeinen etablierten Cameo-Character whatsoever. Also einfach nur mal eine Geschichte in dem Sandkasten Star Wars, die sich, keine Ahnung was dreht, zum Beispiel fand ich die Idee dieser Realserie, die sich um die Gangster dreht, die fand ich ganz gut. Aber ob die jemals kommen wird, also ob die Realserie kommt ja, aber die wird sich jetzt nicht um diese Gangster-Geschichten drehen, glaube ich. So war es, glaube ich, immer irgendwie gedacht. Naja, was jetzt John Favreau macht, ich weiß gar nicht, wie viel da jetzt eigentlich schon bekannt oder nicht bekannt ist. Ich glaube, außer einem grundsätzlichen Go gibt es da noch gar nichts. So irgendwie, ja, naja, muss man mal schauen. Ich weiß auch gar nicht, warum mich diese MCU-Sache stört. Vielleicht, weil ich es irgendwie ganz nett finde, in diesen Spin-Offs unabhängige Geschichten zu bekommen. Weil ich meine, grundsätzlich begrüße ich ja so Verknüpfungen. Da muss ich mal in mich horchen, warum mich das eigentlich stört. Ich kann es dir relativ straightforward sagen, warum mich das jetzt stört, weil es A jetzt alle machen, dass du auch langsam den Überblick verlierst. Also ich habe jetzt schon ein Problem mit den ganzen MCU-Filmen, die ich teilweise nur ein, vielleicht noch zweimal geguckt habe. Und das ist wirklich schon teilweise, gibt es dann Anspielungen, die du Gott sei Dank nicht immer brauchst, um der Handlung generell folgen zu können. Aber trotzdem gibt es dann immer so ein paar Anspielungen, wo du denkst so, hä, wer war das jetzt? Muss ich den kennen? Und ich kannte mich bisher in meinem Star Wars-Universum sehr gut aus. Und das soll auch gefälligst so bleiben. Ich will mir dich noch mehr merken müssen. Ja, ja, ja. Also das ist so, das ist so mein Problem. Und Star Trek kommt jetzt auch nochmal dazu. Also ein ganz schöner Stress. Und du willst dann in alles gehen und du bist ja dann Fan und willst das alles. Also es artet durchaus so ein bisschen in Stress aus. Ja, ja. Ich bin selber von mir überrascht, dass ich immer noch keine Superhelden-Müdigkeit entwickelt habe. Oder zumindest nur andersrum. Ich habe, wenn ich das höre, es kommt einer, bin ich wieder, bin ich doch ein bisschen Superhelden-Müde, bin aber dann von der Qualität eines Black Panther oder Infinity War einfach so überrascht, dass ich danach es nicht mehr bin. Ja. Also solange das Filmniveau hoch bleibt, soll es mir recht sein. Ja. Sagen wir es mal so, solange das Filmniveau hoch bleibt, soll es mir recht sein. Also wenn dann Solo das Schlechteste war, was wir da gesehen haben und das, die Messlatte ist, dann okay, von mir aus go ahead. Aber ich habe halt irgendwie so die Sorge und das ist glaube ich so die, diese Meta-Sorge, die über allem drüber ist, dass es totgeritten wird, man nicht weiß, wann man aufhören muss und es eigentlich dann irgendwie so, ja und ich für mich als Fan mich dann bewusst dafür entscheiden muss, ich werde jetzt Star Wars clean. So. Das ist aber viel, viel Meta, das muss ja nicht so kommen. Ja, 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 ja. Ja, ich glaube tatsächlich auch, also wenn man, wenn man jetzt schaut, was bisher passiert ist, äh, in den vier Filmen seit Disney, ähm, also ich finde, man kann insgesamt schon ganz zufrieden sein, also wir haben zwei ziemlich coole Spin-Offs bekommen, ähm, und also insofern würde ich auch sagen, jetzt warten wir erst mal ab, was jetzt auch so als nächstes Spin-Off kommt, ich denke, dass die nächsten zwei Spin-Offs diese Richtung ganz deutlich vorgeben werden, also wenn die jetzt den Solo, also wenn es zum Beispiel einen Boba-Film geben sollte als nächstes und dann kommen da Solo und Lando auch wieder vor, äh, dann ist glaube ich relativ klar, dass uns so eine Art MCU hier bevorsteht, äh, wenn aber ein Boba-Film kommt, der ein ganz eigenes Boba-Abenteuer beschreibt, dann, dann ist vielleicht doch eher das so die Richtung, also da bin ich sehr, sehr gespannt, was da jetzt in den nächsten zwei Spin-Offs passieren wird. Insgesamt, äh, jetzt auch von wegen, gibt's Solo 2, gibt's Solo 3 vielleicht sogar irgendwann, man muss jetzt natürlich erstmal sagen, es ist ja, ähm, es war ja, glaube ich, sogar der teuerste Star-Wars-Film bisher, durch diese, ähm, widrigen Umstände und Nachdrehs und so weiter und gleichzeitig ist ja auch der, der bisher so, äh, am wenigsten eingespielt hat, ähm, jetzt hat er natürlich für Filmverhältnisse immer noch viel eingespielt, aber halt für einen Star-Wars-Film sehr wenig. Also grundsätzlich die Frage, wird es eine Fortsetzung geben? Ähm, für mich ist es so, ich fand jetzt bei, bei dem Film schon, das war so ein Film, hat's den gebraucht? Nö. Aber ich bin froh, dass er existiert, weil er mir insgesamt viel Spaß gemacht hat. Und genauso sehe ich es im Moment eigentlich auch für Solo 2. Unbedingt brauchen tut's ihn nicht, aber wenn der wieder Spaß macht und wenn er sich vielleicht so ein bisschen von diesen vorhersehbaren Plottelementen befreit, könnte es ein richtig gutes Abenteuer werden. Also, vielleicht machen sie es ja auch so, ähm, dann wären wir halt wirklich beim MCU, dass sie ja eigentlich die Geschichte über jeden Charakter hinweg erzählen. Also auch wenn der dann Captain America Civil War heißt, ist es ja eigentlich ein Avengers-Film. Ja, sodass man da vielleicht sagen kann, naja, das ist halt ein Film mit Fokus auf Boba Fett, aber diese Grimmsen-Sun-Geschichte, Maul, Chewie, Han, etc., kriegen so viel Screentime, dass es am Ende halt dann in Solo 2 ist, auch wenn er nicht so heißt. Ja. Könnte ja auch sein. Das ist, das ist gut, dass du das ansprichst, weil das ist vielleicht genau das, was ich nicht will. Wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, genau so kommt es. Weil das ist halt, ich meine, Avengers, sie haben es ja jetzt immer irgendwie noch ganz gut gelöst, dass sie 20 Hauptcharaktere in ihrem Film haben, aber es, ich meine, es ist halt schon schön, jetzt in Solo kannst du dich irgendwie auf Han und Chewie konzentrieren, Lando kommt auch noch drin vor, in Rogue One konntest du dich irgendwie auf die Story von Jin Erso konzentrieren und du hast nicht immer so dieses Problem gehabt, wie kriegen wir jetzt noch Charakter XYZ in diese Story mit rein und deswegen glaube ich auch für so einen Boba Fett Film zum Beispiel, ich würde begrüßen, wenn dieser Film sich einfach auf Boba Fett konzentriert und eben nicht zwanghaft jetzt noch Solo und Lando und Maul und was weiß ich wen alles noch einbaut. Doch, der muss ja die Verbindung, die müssen jetzt noch Jabba irgendwo reinbringen und jetzt haben sie den ersten Elfmeter haben sie jetzt schon verschossen und jetzt kommt der Zweite und bei einem, du könntest ihn jetzt bei einem Obi-Wan Film reinbringen, wenn der auf Tatooine spielt, aber ich frage mich halt, interessiert mich, was Obi-Wan auf Tatooine gemacht hat all die Jahre lang, sich mit Sandläuten gekloppt, keine Ahnung, das heißt, du könntest es da reinbringen, wenn der kommt, aber der ist ja glaube ich noch überhaupt noch nicht bestätigt, sondern der Einzige, der jetzt wirklich offiziell bestätigt ist, ist ja der Boba Fett Film, wenn ich mich rechtensinnere. Also ich weiß auch nicht, ob ganz offiziell. Also auch richtig offiziell ist wohl noch gar nichts, aber es scheint wohl auf den Boba Fett Film hinaus zu laufen und da ist ja die Frage, was für eine Story erzählst du? Entweder erzählst du die Geschichte, nimmst Daniel Logan, wie alt ist der jetzt? Der ist jetzt so Ende 20, Anfang Mitte 30, nimmst also Daniel Logan, der den kleinen Boba Fett in den Prequels gespielt hat und erzählst jetzt dann mit ihm, wie er Boba Fett wird, so eine Origin-Story. Hm? Oder sagst du, okay, es gibt den Charakter Boba Fett schon, weil es ihn halt gibt und er hat schon mehr Backstory als nötig und wir erleben jetzt einfach ein Abenteuer mit ihm. Oder sagst du, wie er aus den Fängen des Imperiums in die Hand von oder als Scherge von Jabba wird? Keine Ahnung. Irgendwie so ein Kram. Ich weiß es nicht. Also ja, und das ist halt eben so dieses, hm, da hätte ich vielleicht jemand am Ruder, der mehr Fan als Board Member ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Dass am Ende nicht einfach so ein eiskaltes Produkt draus wird. So, das rein, das rein, das rein und dann wird es schon werden. Star Wars oben drauf, einmal durch den Quirl, passt schon. Ja. Und ja, dann mal gucken. Aber vielleicht tun wir den Leuten auch Unrecht. Nun denn, also man kann ihn empfehlen, halten was, und du hast es gerade eben gesagt, man hätte es hier nicht gebraucht. Ja, tut er weh? Nein, guckt man ihn sich gerne an. Ja, also von daher, geht rein. Kannst du noch sagen, soll man in Englisch oder auf Deutsch gucken? Ich würde, schaut euch beides an. Es ist ein Beispiel für einen Film, wo die deutsche Synchro zumindest bei Han Solo besser ist als das Original. Und zwar, weil der einfach so nach Wolfgang Pampel klingt. Also dem Harrison Ford Synchronsprecher. schau an. Okay. Und da bekommt dieser Film noch einen ganz anderen Touch, der im Englischen, wo die Stimme ja schon anders ist als Harrison Ford, ähm, also, jetzt habe ich vergessen, wie ich den Satz angefangen habe, aber im Deutschen ist er irgendwie noch näher an dem, am deutschen Han Solo. Ah, guck an. Das ist eine ziemlich tolle Sache eigentlich. Also insofern, äh, gerade bei Han Solo würde ich, äh, deutsch empfehlen. Ähm, wir haben es vorhin angesprochen, L3 und so weiter. Ich glaube, da ist die englische Stimme noch einen Tick besser. aber schaut euch beides an. Genau. Gebt Disney noch mehr Geld, geht zweimal rein. Und, und, gibt ihnen noch mehr Geld, geht zweimal in Infinity War und in Deadpool 2 und er gibt Disney halt auch noch mehr Geld. Ähm, ja, Mensch, Tobi, vielen Dank, dass du da warst am frühen Morgen und, wenn ihr mehr vom Tobi hören wollt, dann, wo kann man dich denn finden? Auf www.bluemilkblues.de auf der Webseite findet ihr den Podcast, die ganzen Folgen, Links zu Facebook, Twitter, iTunes und Co. Also schaut einfach mal auf der Webseite vorbei. Prima. Und, wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr eure Kommentare zu dem Film abgebt. Wie hat er euch gefallen? Haben wir irgendwas vergessen? Hätten wir irgendwas besprechen müssen? Oder haben wir komplett Unrecht mit dem, was wir gesagt haben? Schreibt es in die Kommentare, schreibt es auf nerdizismus.de oder schickt uns eine E-Mail an info at nerdizismus.de Wir hören uns spätestens in zwei Wochen wieder mit der nächsten Folge von WestNerds, falls nicht vorher irgendwie noch was dazwischen kommt. Ach nee, wir sind, glaube ich, in Jurassic World. Stimmt, vorher kommt wahrscheinlich noch was zu Jurassic World. Also, freut euch drauf. Bis die Tage. Tobi, dir vielen Dank. Euch vielen Dank fürs Einschalten und für eure Zeit und bis die Tage. Ciao. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.